Molle, der Time ist hier. Heute spielen wir zum ersten Mal Rocket League, aber zum ersten Mal wollen wir Ranked spielen. Wir spielen zusammen mit Sebo und Romatra. Romatra hat vor zwei Jahren mal gespielt und war richtig scheiße. Und Sebo hat sich Platin boosten lassen. Der hat hinten eine solide Defense. Ich bin richtig shit, aber die Leute sagen, ich habe eine Lernkurve. Guck mal, das war auch was. Ja, wenn euch das gefällt, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Ich habe überraschend viel Spaß. Ich habe mich sechs, sieben Jahre lang geweigert, Rocket League zu spielen, weil mir auch keiner gesagt hat, dass das ein Controller-Game ist. So vorne, jetzt sag mal, wo zum Fick gebe ich den Creator-Code ein? Was für ein Creator-Code? Das ist doch ein Epic Games-Game, dann muss es das geben. Nein, ich kenne nicht einen einzigen, der einen Creator-Code hat. Da, unterstützt einen Creator, du Arsch. Trimax. So. Du unterstützt 14 Tage lang Trimax. Wie geil. Wie geil. Was ist geiler, als 14 Tage lang Trimax zu unterstützen? Das ist wie seinen eigenen Beitrag zu liken. Warum machst du so was? Immer. Immer. Ich war immer bei meinem YouTube-Video das erste Like. Ich like schon, wenn die Videos so privat sind, like ich schon. Ja, okay. Aber du hast ja einen Cutter, deswegen kannst du die liken. Das ist wieder was anderes. Du likest ja seine Work, so, weißt du? Nee, nee. Ich like schon meine Videos. Also, das ist schon was anderes. Ja, okay. Ja, komm. Ist gut. Gremium kaufen, kaufen. Zahlen 1 bis 4. Sack, shit. Hab ich ihn geboot? Oh, Double-Zerstörung. Boah, da kippt XP. Und jetzt mag es rein. Bin da, bin da, bin da, bin da. Ja. Ja. Schön. Zwei zerstört und dann so ein Tor? Endlich. Endlich. Boah, er hatet, ey. Ja, genau so. So, der kommt in der Mitte. Bin in der Mitte. Nein. Da will der fliegen. Da will der fliegen. Ist doch geil. Das kommt ja nicht an, wenn der so hoch ist. Ja, richtig. Ich bin hinten. Alles gut. Boah, du bist so krank im Tor, ne? Gibt sich geile E-Mode für. Bamm. Geil, die Flanke ist. Wow. Ich hab da gar nicht, dass es Rocket liegt. Wie kriegt man das? Oh, schade, Huma. Das war meine beste Vorlage bisher aller Zeiten. Aber guck mal. Und dann machst du ihn natürlich nicht rein, ja. Jeder hat ein Tor. Ah, zwei ist es. So, ich spiele jetzt immer in die Mitte. Okay, Max? Ja. So, jetzt. Warten noch. Warten, Junge. Ich fahr gleich nach Hamburg, Alter. Worauf soll ich denn warten? Mein Charakter springt nicht so hoch. Dass der Fall noch eine halbe Sekunde tiefer kommt. Dann ist der Gegner immer dran. Der kriegt den nicht, der ist scheiße. So, Max, Mitte nochmal, okay? Bin da. Pass. Ja. Ja. Oh Mann, meine Tore sind so kacke. Guck mal, ich bin so explodiert. So kacke war das. Aber ich bremse kurz und dann gebe ich wieder Gas. Das war schon mal gut. Und dann bin ich explodiert. Ja. Das war eine schöne Vorlage. War eine schöne Vorlage. Deswegen dachte ich, nehm ich den jetzt einfach mal mit. Ja, ja. Vorlage zählt. Mann, wie so kippt man rum? Warum geht das Auto nicht zum Ball? Das war meiner. Oh nein. Oh, wie peinlich. Das war perfekt getroffen, weil der Assi-Gegner hat so perfekt geblockt. Goldgegner jetzt. Habt ihr gesehen? Ne, hab ich nicht. Goldgegner. Warte. Sofort wieder da. Ich bin Torwart. Ach, jetzt gehst du auf K. Sobald wir zum ersten Mal Goldgegner kriegen. Schön, Max. Ja. Warte, ich kriegst du nochmal in die Mitte. Stabiles Luft-Tribbling. Nochmal für dich. Na, okay. Aber guck mal. Ja, das war halt so im Prinzip. Wie gesagt, immer in der Mitte stehen halt, ne? Oh, das Ding weg. Oh, nein. Ja. Oh mein Gott, du bist so gut. Ja. Oh, schade. Guck mal, er blockt ihn halt perfekt. Oh. Nee. Ja. Alter, geil. Das war stark. Das war mal gut. Guck mal hier. Zack. Dann seh ich Pfosten und dann zack. Leider nicht rein. Das ist wirklich solid. Das wär's gewesen. 2 gegen 3. 2 gegen 3, ne? Ich wundere Kick wegen Inaktivität. Ja. Verwendung wird wieder hergestellt, sagt er. Ich zieh, ich zieh, ich zieh. Ja, ja. Oh, der ist drin. Ich hab da richtig klasse gemacht. Ich bin weg. Romatra, wenn du dieses Spiel spielst, gehst du mit dem Körper auch so ein bisschen mit? Nee. Scheiße. Ich glaub, da muss man über 5,3 nicht so sein. Nein! Schrei nicht rum. Komm aus deinem Loch raus und weiter. Ja, ja. Das ist alles tief. Man muss rumschreien, wenn man sich ärgert. Das ist bitter, das war nicht bitter. Ja, war auch bitter. War scheiße. War nicht bitter, es war scheiße. Seh, warte. Oh, der ist drin. Oh, f***. Ja. 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 Ich bin geflogen. Hä? Der ist geflogen, oder? Ich schwöre, ich bin geflogen. Guck mal. Der hat privat gespielt. Sag ich dir, wie es ist. Natürlich geben sie da auf. Natürlich geben sie da auf. Wenn die Platyplays ausgepackt werden. Einfach hochgeflogen. Wahnsinn. Das war echt stark. Ich weiß nicht, wie lange das bei mir gedauert hat, bis ich mal ein Flugtor hatte. Ja, Max, das war auch eine Natural. Oh, die Map ist auch geil. Alle Maps doch gleich. Nein, bist du dumm? Ja, ist doch egal, was am Rand ist. Aber die ist immer gleich groß, oder nicht? Hä? Ist doch nicht so wie Call of Duty, dass es eine andere Map ist. Weißt du? Immer die gleiche Map. Ist auch immer die gleiche. Immer drei Wege-Systeme bei COD. Der kommt saftig. Der kriegt den nicht. Hä? Zack. Oh, schade. Let's go! Das war eine Schraube. Eine Schraube? Oder? Nehnt man das so? Was war da? Seitlich gedreht. Zack. Oh. War geil. Jetzt, mach! Oh, das war Kacke von uns beiden. Wieso krieg ich den nicht so? Ja, und jetzt ist er. Oh, wer meins? Oh. Hey, Leute. Oh, Leute. Reicht doch mal zusammen. Oh. Der kriegt jetzt am Dampfen. Oh. 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 Ja, dann nimm den jetzt. Ja, den nehm ich, den nehm ich, den nehm ich. Oh. Oh. Okay, okay. Ja, ja. Ja. Da geht jetzt ein ganz anderer Wind in der Stadt. Der Flugwind. Oh, shit. Alles gut. Oh. Was? Was für die Defense, ey. Der fliegt jetzt nur noch. Ich kann die Rede abmontieren. Ich bin jetzt nur noch in der Luft. Nein. Was denn auf den Boden kommen, ey. Junge, aber so langsam spielen wir ja immerhin, ne? Warte, was hat nicht bekommen? Trantüte? Wir sind Silber 2. Langsamste Durchschnittsgeschwindigkeit. Wieso kriegt man so eine Scheiße? Trantüte. 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 Ich will nix sagen, aber wir sind gleich Gold, ne? Ja, wir sind gleich Gold. Das war's, dass da mit dem... Das Rocket League Projekt schon wieder zu Ende. Witzig. Krass. Oh, ja, sauber. Habt ihr den Arsch offen? Ja. Guckt ihr das mal an. Nur in der Luft und dann Romatra, zack. Boah, schön. Kannst du Mastiflicks? Nein, ich kann gerade ausfahren und X drücken. Mehr will ich auch nicht. Oh. Was? Na, ich wurde geschubst von... Der hat mich gegengedrückt. Zeig mal. Oh. Da wurde gar nichts geschubst. Oh nein, das ist einfach nur ein Eigentor. Ja. Ich mach das wieder gut. Ja, bam. Leute. Oh, oh. Come on, Nexo ist nicht schlecht. Boah, nee, wie heißt das andere Game? Ja, der ist gut. Oh, er hat geflockt. Guck mal, wie cool. Jetzt drauf. Jetzt hinter dir. Das war meine beste Defense-Aktion aller Zeiten. Ja, schön. Sauber 2-2. Na, oh ja. Nein, ey, da wäre... Oha, Junge. Also da hätte ich mich jetzt für nackt ausgezogen. Ich schwöre, so war ich hier sitze. Geil, Alter. Alter, Junge. Defense. Defense. Das war das für ne Scheiße. Was war das? Nein. Bitte weg damit. Mann, Leute. Wir haben es verloren. Ja, hab ich verschätzt ein bisschen. Oh, Mann. Wir haben... Was mit der Winstreak verloren, ja. Aber die sind ein Clan, oder was? Die sind ja mega scheiße. Ja, wir können uns jetzt auch alle okay von Namen schreiben. Weißt du, so meinen es jetzt. Ja. Ja. Ja, jetzt mal ein frühes Tor. Für die Psyche. Für die Psyche ist das. Der ist in der Mitte. Ja, Max. Ja, ich hab den auch direkt rein gemacht. Also das sollte auslösen, weil kein Pass wird. Heiligant, das muss ich dir lassen. Ja, war echt, okay, war stabil. Bin in der Mitte. Ja. Bist du? Ja, ja. Du musst ein bisschen schneller sein. Ein bisschen schnell aus zu sein. Ehrlich, ihr macht mich hier mit. Ja, schön ist die. Ja, und dann so eins. So, hier habe ich zum Beispiel jetzt wieder einen Kommentar. Sebo, bitte sagt Max, er soll sein Boost. Du musst auch benutzen. Er fährt ewig mit 100 Boost rum. Benutz ihn, Tiger. Benutz ihn. Braucht 100 Boost für meine Flugzeinlagen. Ich denke auch das ganze Spiel, wir sind orange. Ich checke es irgendwie nicht. Oh, der wäre aber reingegangen, muss man sagen. Den hättest du. Das war bisher das beschissenste Game. Ungewöhnliche Belohnung, jetzt aufmachen. Spiel verlassen, oh nein. Nein. Ach so, ist das Spiel verlassen? Ja. Ach, sind wir Gold 1 fertig jetzt oder was? Nein. Sehr selten animierter Aufkleber. Dann sammle ich jetzt auch eben ein. Da muss ich ja auch big, 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 big things hier haben. Holen. Okay, Gold war easy. Das wäre jetzt wirklich Gold? Wirklich jetzt? Ja. Das war ja zu easy. Jetzt fangen es schon an, nicht Leute zu haten, weil manche sogar Struggle auf Gold haben. Das ist das Witzige. Das ist das Witzige. Das ist das Witzige. Bis zum nächsten Mal.